Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr wisst, habe ich euch ja schon einmal GetResponse gezeigt und bin eigentlich sehr zufrieden mit diesem Marketing-Tool, wenn es um E-Mail-Marketing geht und möchte euch heute zeigen, wie verbinden wir die zwei Dinge, die ich am meisten liebe, nämlich Elementor derzeit, also sprich der WordPress-Page-Builder, ja, habe ich einige Videos dazu gemacht und GetResponse zusammen. Ja, das geht relativ flott und ich möchte euch das genau zeigen, wie das funktioniert. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran, weil ich erkläre euch das Step-by-Step, wie ihr das eben sehr unkompliziert einbinden könnt. Ja, man kennt es ja, man möchte irgendwie eine Newsletter-Eintragung machen. Die schaut im Normalfall so aus, wie bei mir zum Beispiel, ich gehe mal da kurz drauf. Ich habe jetzt hier eine kurze Erklärung und hier unten ein Formular, wo man den Namen und E-Mail und so weiter eingibt. Aber was passiert denn eigentlich, wenn man sowas eingebt, beziehungsweise wie kann man das verbinden, zum Beispiel mit der GetResponse? Und genau das zeige ich euch heute. Elementor bietet, wenn ihr unter Elementor und Einstellungen geht, ja, bietet hier einige Sachen an. Nämlich folgende, in den Einstellungen drinnen habt ihr einen Unterpunkt, also unter generell Stil und Integration, eine Möglichkeit, mehrere API-Schlüssel zu hinterlegen, ja, zum Beispiel Mailchimp, Trip, ActiveCampaign, GetResponse und so weiter und so fort. Wie ihr hier seht, habe ich jetzt hier schon einen API-Schlüssel hinterlegt, weil ich das natürlich schon gemacht habe. Ich habe den nur ausgegraut und ich zeige euch jetzt, was ihr machen müsst. Wenn ihr in eurem Account drinnen seid, könnt ihr hier auf Integration und APIs gehen, ja, im GetResponse-Account. Hier findet ihr mehrere Möglichkeiten, eben eine Integration stattfinden zu lassen. Ich habe zum Beispiel das auch mit Google Analytics integriert, das heißt, ich sehe sehr gut in meinem Google Analytics-Account, wenn ich einen Newsletter raussende, wer zum Beispiel jetzt wohin geklickt hat, ja. Zusätzlich kannst du aber auch eben einen API-Key dir generieren und diesen bei Elementor hinterlegen. So, das schaut folgendermaßen aus, du gehst hier auf API-Key, gehst auf Generate New API-Key und benennst den Key, so wie ich hier habe ich ihn jetzt Elementor benannt, kopierst du den, kopierst den hier rein und dann gehst du hier auf Überprüfe, den API-Schlüssel und wenn ein grünes Hacker setzt, weißt du, die Sache ist erledigt. Und jetzt kannst du auch schon starten. Das funktioniert, glaube ich, relativ gleich mit allen möglichen Software-Tools, das heißt zum Beispiel, wenn du das bei Mailchimp machst, funktioniert es genau ähnlich. Wir schauen uns das jetzt ein paar mal an, das heißt Elementor und GetResponse. So, grundsätzlich hat WordPress auch nur, dass ihr es wisst, hat GetResponse auch ein WordPress-Plugin, aber wie gesagt, ich möchte euch das eben mit Elementor zeigen, weil ich das glaube, ist auf jeden Fall klüger, weil du es mehr, also weil du es schöner gestalten kannst und mehr deine Webseite mit einbringen kannst. So, was brauchen wir dazu? Im Endeffekt brauchen wir ein Formular. Mehr ist es nicht. Wenn wir dieses Formular haben, könnt ihr anpassen, was ihr wollt. Das heißt, ihr würdet euch jetzt vorstellen, wie jetzt auch zum Beispiel hier, wenn ihr eben ein Form kreiert, beziehungsweise ein Formular kreiert, wie wollt ihr das denn machen? Ihr könnt ja hier auch ein Formular kreieren sozusagen und dann in WordPress so einbinden. Aus meiner Sicht ist es angenehmer, wenn alles irgendwie bei WordPress bleibt und wenn ihr schon Elementor nutzt, könnt ihr das dort gleich eben auch einbinden. Deswegen habe ich folgendes gemacht. Ich habe das zum Beispiel so gemacht. Ihr braucht natürlich zuerst einmal eine Liste. Das ist eine Grundvoraussetzung. Zum Beispiel bei mir ist es meine Newsletter-Liste. Bei der Newsletter-Liste ist es zum Beispiel wichtig, ich möchte den Namen und die E-Mail haben. Den Vornamen und die E-Mail, weil ich möchte die Leute dann persönlich zum Beispiel im Newsletter ansprechen oder halt wissen, okay, mit wem spreche ich da überhaupt. Das heißt, ich habe die Liste erstellt. Bei der Liste könnt ihr auch ja sagen, wer da reinkommt. Und dann könnt ihr auch nochmal sagen, okay, was soll abgefragt werden, beziehungsweise mit was möchte sich eintragen. Das heißt, ihr müsst halt hier schauen, okay, ich möchte den Namen, E-Mail. Ihr könnt dann natürlich noch andere Elemente dazu fügen. Wie zum Beispiel eine URL, Telefon, Auswahlliste, Akzeptanz, das ist nur DSGVO, Passwort, Recapture und so weiter und so fort. Das könnt ihr dann auch alles bei GetResponse einpflegen. Ich möchte jetzt eben, wie gesagt, die E-Mail, die wir hier oben haben und den Namen. Dann könnt ihr da oben noch, sage ich jetzt einmal, auch noch irgendwie eine schöne Sektion machen, so wie ich. Ihr wollt vielleicht noch kurz erklären, was habt ihr denn überhaupt im Newsletter drinnen. Das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel was importieren von GetResponse von Elementor und schreibe jetzt hier vielleicht rein, mein Newsletter oder so, ja, schreibt da noch rein, okay, was kommt im Newsletter rein und dann hier eintragen. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel noch bei mir unterhalb geschrieben, ja, trage dich unterhalb, also trage dich unterhalb in meine kostenlose E-Mail-Community ein. Dann habe ich, ja, ich will in die Community und habe dann noch die Einwilligung, umfassende Hinweise zum Widerruf, Versanddienstleister, Statistik, entsprechende Datenschutzerklärung. Das ist für mich sozusagen meine DSGVO-Absicherung, beziehungsweise ich habe es ohne Checkbox gemacht, weil aus meiner Sicht reicht das vollkommen aus, weil da erkläre ich genau, okay, ich schicke den Newsletter keine zwei bis fünf Mal im Monat oder circa in der Größe und ich spamme nicht und dann wissen die Leute Bescheid. Das heißt, das habe ich da zugeschrieben. Da oben habe ich noch geschrieben, okay, was erwartet mich im Newsletter. Genau, und dann könnt ihr das Ganze natürlich noch stylen, sprich zum Beispiel der Button, den möchte ich jetzt nicht zu gelb haben, sondern die Hintergrundfarbe soll schon schwarz sein. Ich möchte auch die Sendenfläche nicht so nennen, sondern ich möchte sie nennen zum Newsletter eintragen, zum Beispiel, das könnt ihr ja individualisieren, wie ihr das möchtet, ja, das ist eure Sache. So, jetzt wenn ihr das hier eingestellt habt, so wie ihr es benötigt, das heißt, ihr habt jetzt das Namensfeld und das E-Mail-Feld, dann ist es interessanter, ist nämlich die Aktion nach dem Versenden. Elementor bietet er mehr an. Das heißt, grundsätzlich habe ich zum Beispiel so gemacht, ja, wenn sich jemand einträgt, wir können das kurz durchspielen, ich trage mich jetzt hier mal mit einer E-Mail von mir ein. So, mein Name ist Nikolaus, das heißt genau, natürlich umgekehrt gemacht. So, jetzt hat sich jemand eingetragen, kommt in die Community, was passiert? Er kommt zu einer neuen Seite, das ist meine Danke-Seite, ja, die habe ich erstellt, mit Elementor auch. Das heißt, einerseits können wir machen, weiterleiten, ja, das heißt, er soll, wenn er sich einträgt, soll er weitergeleitet werden auf meine Bestätigungsseite, ja, so habe ich es eingerichtet. Das heißt, ihr nehmt den Link da einfach und sagt, hier weiterleiten, bitte an diese, an diese Seite. So, was ist im Normalfall passiert, ist, ich bekomme eine E-Mail, ja, und in der E-Mail, da muss ich meine, also die E-Mail muss ich bestätigen natürlich, ja, das können wir uns auch nochmal anschauen, nochmal kurz. Die E-Mail muss ich dann natürlich bestätigen und wenn ich die E-Mail bestätigt habe, dann komme ich im Normalfall noch einmal, unter Anführungszeichen, zu einer Danke-Seite. Ja, also das schaut folgendermaßen aus, das schaut hier so aus, ich gebe das mal her. Danke und Bestätigung, ja, das heißt hier, danke für Ihre Bestätigung, bla, bla, bla. Komm hier, klick hier drauf und komm hier nochmal, danke für die erfolgreiche Eintragung. Diese Danke-Seite für die Bestätigung sozusagen, die habe ich in Get-Response hinterlegt, ja, die habe ich nicht in WordPress hinterlegt oder in Elementor oder sonst irgendwo, sondern die habe ich in Get-Response hinterlegt. Und der ist jetzt eingetragen im Normalfall, ja, nur wichtig ist, dass wir jetzt hier eben beim Weiterleiten hier, ja, dass wir wichtigerweise oder richtigerweise das auch natürlich bei Get-Response hinterlegen, ja. Und damit wir sagen, einerseits, dass er weitergeleitet wird auf die Danke-Seite, aber auch auf Get-Response schickt, müssen wir eine Aktion hinzufügen, ähm, Get-Response. Diese Aktion können wir nur hinzufügen, wenn auch der API-Key stimmt, ja, also ihr könnt grundsätzlich alles hinzufügen, aber ich würde es eben nur hinzufügen, wenn ihr den API-Key auch schon hinterlegt habt. So, dadurch entsteht dann hier unten ein weiteres Fenster mit Get-Response und hier habt ihr dann eben den API-Schlüssel hinterlegt und könnt dann hier auf eure Liste zugreifen, ja. Das heißt, diese Liste hier, cde, ähm, diese Liste ist zum Beispiel jetzt, äh, äh, Newsletter, ja. Ja, so, weitere Optionen und hier findet ihr dann die wichtigen Optionen, wo ihr das Ganze einfügen wollt. Ich habe euch ja vorher gesagt, ihr könnt euch entscheiden, ob ihr mehr abfragt oder weniger abfragt. Der Liste ist es völlig egal, was ihr alles dort an Informationen reinschiebt. Im Normalfall ist es eben E-Mail und Name, ja. Das heißt, das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst sagen, okay, das Feld E-Mail ist E-Mail und das Feld Name ist Name, ja. Das ist hier oben, sind die Felder nämlich hinterlegt. Aber wenn ihr zum Beispiel haben wollt, Webseite, hier, ähm, URL zum Beispiel, nenne ich den Feld Namen zum Beispiel Webseite, dann könnt ihr hier unten bei Get-Response hier auch nochmal die Webseite hinterlegen. Ähm, ich schaue jetzt gerade nur, wo das ist. Also hier unten haben wir zum Beispiel URL und könnt hier dann wieder Webseite hinterlegen, weil ihr das oben hinzugefügt habt, ja. Das heißt, das ist natürlich, ähm, eine extrem coole Sache. Speichere das Ganze und das reicht dann schon aus. Was dann eben passiert ist, wie gesagt, wir haben zwei Aktionen jetzt gesetzt. Also die erste Aktion war eben, dass wir den Namen eintragen, die E-Mail eintragen oder die Webseite, wie ihr wollt. Und der schickt das Ganze dann rüber, ja. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel hier, ähm, ich gehe mal jetzt bei Get-Response rein, in die Liste rein schon, werden wir jetzt gleich meinen Kontakt finden, ja. Also wir sehen es eh schon, wir haben jetzt einen mehr hinzu, Colber Media. So, und wenn ich da jetzt draufgehe, der Kontakt hat jetzt im Endeffekt nur, ähm, die, in den Details habe ich jetzt nur drinnen, Name ist Nikolaus und that's it. Ja, aber ich hätte mehr auch noch hinzufügen können. Und so funktioniert es. Das heißt, ihr seht, wie einfach und schnell, beziehungsweise wie unkompliziert ihr Get-Response mit Elementor nutzen könnt. Ähm, und wie, wie genial es also auch ist, weil ihr eben die Möglichkeit habt, hier alles selber anzupassen. Die Anpassung findet eben in üblicher Form statt, nämlich so wie es, wie es bei Elementor kennt. Ihr könnt dieses Formular anpassen, wie ihr wollt. Das heißt, ihr könnt hier den Stil vollkommen verändern und könnt es wirklich in eurer Seiten, in, 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 in euer Seitendesign einfügen. Ja, ich habe immer ein Problem, obwohl Get-Response super Formulare anbietet, aber es ist trotzdem nicht das Formular, das direkt in der Seite schön integriert ist. Das heißt, ich würde euch empfehlen, das so zu machen. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben oder auch in meine Facebook-Gruppe kommen und dort nochmal die Frage stellen, wenn ihr zu Get-Response oder, oder generell auch zu, zu dieser Anbindung eine Frage habt. Aber so könnt ihr wirklich von Haus aus starten. Ihr könnt das eben auch mit der kostenlosen Version von Elementor, glaube ich, machen. Ich habe da zwar jetzt Elementor Pro, aber ich glaube, das geht in der kostenlosen genauso wie in der kostenpflichtigen. Und könnt das dann verbinden und habt dann wirklich eine einfache Möglichkeit, hier ein schönes Formular zu machen und dieses schöne Formular ohne Probleme dann auch mit Get-Response zu verbinden und so eure E-Mail-Liste aufzubauen. Ja, wenn ihr Fragen habt, einfach unten reinschreiben. Ich würde mich auch sehr über ein Abo freuen. Das heißt, wenn ihr weitere solche Videos sehen wollt, sowohl Tutorials, Webdesign-Videos als auch Agentur-Videos und andere Tutorials zum Thema Marketing, solltet ihr auf jeden Fall den Kanal abonnieren und vielleicht auch die Glocke aktivieren. Ansonsten wünsche ich euch jetzt nur einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wie gewohnt im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.